Jo, was geht ab? Timo hier. Weiter geht das mit allen Kisten, die ihr braucht, um pro Map die 100% zu erreichen. Wir sind jetzt im gefräßigen Baldachin unterwegs. Auf dieser Map gibt es insgesamt drei Kisten, zwei in einem abgestürzten Raumschiff und nochmal eine im Westen. Die erste findet ihr dann direkt schon hier, wenn ihr das erste Mal an den Automaten im Raumschiff vorbeikommt. An den könnt ihr euch gut orientieren, dann geht es links hoch. Dann geht es den Korridor weiter, bis ihr an das Ratschgelege kommt. Hier heißt es dann einfach nur die Stromverbindung wiederherzustellen. Wer meine Crew Herausforderung gesehen hat, kennt den Spot hier schon. Hier oben gibt es auch einen Typhon Lock. Und dann heißt es nur noch Looten. Kiste Nummer 2 findet ihr dann wieder ganz klassisch bei der Schnellreisestation nach erfolgreicher Demontage des Bosses. Für die dritte und letzte Kiste sind wir jetzt im kleinen Dschungeldorf mit der Arena. Die Kiste finden wir genau in diesem kleinen Häuschen hier, was noch versperrt ist. Dafür gibt es natürlich ein kleines Rätsel zu lösen. Und das machen wir jetzt. Erstmal geht es hier hoch. Von hier können wir jetzt ganz entspannt auf die Scheibe schießen und ab durch die Tür, bevor sie sich wieder schließt. Für Kiste Nummer 3. Jo Freunde, das waren alle Kisten hier im gefräßigen Baldachin. Weiter geht es dann im Bernstein-Sumpf. Da sehen wir uns dann auch wieder. Danke fürs Zusehen. Ich bin jetzt draußen. Peace. Bis zum nächsten Mal. N κ.